Tag liebe Sportskameraden, euer Görki hier am Start und ich habe unter meinen letzten Trainingsvideos in den Kommentaren häufig sowas gelesen wie von wegen Görki, du hast ja eine krasse Brust bekommen, wie trainierst du, welche Übungen machst du und gerade bezüglich der Genetik und bezüglich euer Schwachstellen möchte ich hier mal in dem Video drauf eingehen. Im Verhältnis zu den Oberarmen oder auch anderen Muskelpartien ist meine Brust eigentlich relativ gut, sag ich mal, ausgeprägt. Man sieht das jetzt vielleicht jetzt hier nicht so, aber ja, die ist eigentlich schon ganz gut dafür ausgebildet, dass ich jetzt nicht der übelste Bodybuild oder sonst was bin und ja, es wäre jetzt zum Beispiel gelogen, wenn ich ein Video mache und dort irgendwie einen Titel reinschreibe, die beste Brustmuskulaturübung oder so, weil man muss einfach ganz klar sagen, klar zieht das im Titel und ich würde euch damit ein bisschen catchen, auf das Video zu klicken, aber es ist halt bei mir so, dass ich die Brust jetzt nicht stärker trainiere als zum Beispiel den Bizeps oder die Schultern oder sonst was und nein, eher im Gegenteil, sondern ich vernachlässige die Brustmuskulatur eigentlich recht häufig, da ich eigentlich dort wenig Probleme habe, Muskeln aufzubauen, ja und das will ich euch einfach mal mit auf den Weg geben, dass es für mich schon eine gewisse Genetik ist. Wir können jetzt mal einfach als Vergleich zum Beispiel, ich hoffe, er ist mir nicht da böse irgendwie, den Simon nehmen, den Muskelmacher, ihr kennt ja seine krassen Oberarme, ja, schon den riesen Bizeps, den übelsten Bizeps hat er und ich muss mal einfach behaupten, dass ich persönlich auf dem naturalen Weg wahrscheinlich nie seine Oberarme bekommen werde, ja, ich habe hier zum Beispiel mein Bizeps, wie ihr seht, etwas Probleme, gerade mit diesem Peak, ja, der ist bei mir einfach von Grund aus nicht so ausgeprägt und ich muss ganz ehrlich sagen, ich trainiere trotz allem den Bizeps sehr intensiv, auch von den Gewichten her bin ich da nicht der größte Lutscher eigentlich, ja, ich kenne viele halt im Fitnessstudio, die haben einen fetteren Bizeps als ich und schaffen nicht mal die Hälfte der Gewichte wie ich, da es in meinen Augen eigentlich wirklich ein großer, ja, Schwung an Genetik ist und, äh, da müsst ihr euch am Anfang ein bisschen mit abfinden, einfach, dass der eine zum Beispiel eine flache Brust hat, dafür einen ausgeprägten Bizeps, der eine hat vielleicht, äh, sehr, sehr krasse und breite Schultern, ein breites Kreuz, ja, ist bei jedem so, dass er wirklich seine Vorteile hat, der eine hat Probleme, dass die, äh, Bauchmuskulatur symmetrisch aussieht, da habe ich eigentlich auch Vorteile, bei mir ist es eigentlich so persönlich, dass ich eigentlich mit der Brust, mit den Schultern und mit dem Bauch eigentlich recht gut Glück gehabt habe, bei mir hängen immer die Oberarme der Bizeps ein bisschen hinterher, ähm, gerade auch die Waden ist so eine Geschichte, ich trainiere die Beine genauso wie jeder andere, sogar häufiger zum Beispiel als mein Oberkörper die letzte Zeit, auch die Beine und trotz allem habe ich dort Schwierigkeiten, wirklich die Masse reinzubekommen und das möchte ich euch einfach mal sagen, dass jeder wirklich auch genetisch so ein bisschen vorveranlagt ist und, ähm, ja, gewisserweise vielleicht den besseren Bizeps hat, die bessere Brust, die besseren Schultern, die besseren Beine und, ähm, es hat eigentlich in der Regel nichts damit zu tun, ob man das jetzt hart trainiert oder nicht, sondern es ist einfach Veranlagung, ja, und deswegen ist es einfach so, ihr müsst einfach gucken, dass ihr diese, sag ich mal, Schwachstellen, die ihr vielleicht genetisch, äh, wo ihr ein bisschen benachteiligt seid, dass ihr die besser trainiert und da müsst ihr natürlich dann auf euren Trainingsplan gucken, wo kann ich da was verbessern und, ähm, 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 abändern und das kann man immer nur individuell, das heißt, wenn ich jetzt nämlich euch sage, pass auf, ihr müsst mein Brusttraining machen, womit ich Erfolg habe, dann ist es für euch wahrscheinlich zu wenig intensiv oder bringt euch niemals zu dem Erfolg, den ich mit dem Training habe, weil ich meine Brust nicht so übelst reizen muss, damit sie wirklich aufgebaut wird. Ganz im Gegenteil, bei mir ist der Bizeps, ja, ich habe es eine Zeit lang versucht, indem ich die Frequenzen ein bisschen hochgeschraubt habe, einfach auch mit mehr Gewicht, mit, ähm, ein, zwei Übungen gearbeitet habe nach dem Rückentraining, also so ein Synergisten-Training, Rücken-Bizeps, ein, zwei Übungen, habe dann wirklich auch keinen Erfolg, wirklich dann langfristig damit gehabt, zum Beispiel die Langhantel-Curls, die ich mal mit Mischa gemacht habe, es war vielleicht kurzweilig ein guter Reiz, aber im Endeffekt bin ich damit auch nicht viel weiter gekommen. Jetzt habe ich es einfach wieder für mich entdeckt, dass ich beim Bizeps-Training das Volumen wieder ein bisschen steigern muss, ich bin jetzt nach dem Rückentraining nochmal bei circa drei Bizeps-Übungen, ja, was eigentlich schon viel ist, wenn man einen Rücken-Bizeps-Tag hat, und ich habe einfach gemerkt, ich habe zum Beispiel ein SZ-Konzentrations-Curls mit reingenommen, wo ich dann wirklich auch nach dem Training wieder ordentlich ein Brennen habe oder auch einen Krampf mal beim Zähneputzen oder auch irgendwie Muskelkater. Und das müsst ihr einfach für euch mal ausmachen beim Training, wie merkt ihr nachher die Reize? Habt ihr mal wieder einen Muskelkater? Habt ihr mal wirklich so ein Ziehen in der Muskulatur? Oder merkt ihr einfach nach dem Training gar nichts? Und dementsprechend müsst ihr euer Training einfach verändern, dass ihr es wirklich auch spürt. Und da kann euch keiner, der jetzt eine krasse Brustmuskulatur hat, euch sagen, hey, ihr müsst die Brust so trainieren wie ich, weil in der Regel ist diese Person einfach dort besser veranlagt. Ja, genauso ist es, wenn der Muskelmacher Simon euch jetzt sagen würde, pass auf, ihr müsst den Bizeps genau so trainieren, wie ich es mache, dann heißt es lange nicht, dass ihr genau dahin kommt, weil ihr in der Regel eigentlich euer Training, euren Reiz finden müsst. Und deswegen kann ich euch zum Beispiel bei der Brustmuskulatur, auch wenn ihr die vielleicht toll findet in den letzten Videos, wo ihr mich gefragt habt, wie mache ich das, kann ich euch da das nicht direkt sagen. Natürlich gibt es verschiedene Sachen, es ist ganz wichtig, das immer neu zu reizen. Und zum Beispiel kann man auch beim Split-Training da ein bisschen gucken, dass man an Schwachstellen geht. Zum Beispiel habe ich es auch oft gemacht, gerade wegen Bizeps, oder wenn jemand generell Oberarm-Schwächen hat, dass man zum Beispiel den Split antagonistisch erstellt, dass man zum Beispiel Brust-Bizeps trainiert, oder halt auch Rücken-Trizeps, dass man halt die Vorbelastung nicht drin hat, der Muskulatur, dass man dann nochmal ein bisschen besser nachher isoliert die Arme trainieren kann. Und dementsprechend muss da wirklich jeder seinen Weg ein bisschen finden. Da kann euch leider keiner was vormachen, der gut veranlagt ist in dem, was ihr euch wünscht. Sondern da müsst ihr euren Weg finden und immer wieder ausprobieren und gucken, wirklich, wie wirkt das Training auf mich, wie ist der Reiz? Habe ich mal Muskelkater, zieht es noch einen Tag später? Und das sind wirklich Anhaltspunkte, an die ihr euch halten müsst, wenn ihr Schwachstellen habt, immer wieder neu reizen und wirklich gucken, wie merke ich das Training. Und das wollte ich euch mit auf den Weg geben, dass die Genetik in meinen Augen schon eine große Rolle spielt, gerade bei gewissen Körper- oder Muskelpartien. Und da müsst ihr einfach für euch einen Weg finden, dass ihr erstmal vielleicht auch das Volumen wieder steigert, dass ihr öfters die Woche diese Muskelpartie bearbeitet und dann wirklich für euch den richtigen Reiz findet, dass ihr es auch merkt. Da kann euch keiner was vormachen. Wie gesagt, ja, das sollte einfach mal gesagt sein. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen helfen mit dem Video. Wie gesagt, Titen geht bei mir ganz gut. Ich hätte heute mal so ein BH vielleicht anziehen müssen. So kann ich euch da jetzt leider kein vormachen. Ähm, ja, da war ich jetzt nicht angespannt. Aber wie gesagt, das sollte einfach mal raus. Euer Görki, haut rein. Tschüss. Euer Görki, haut rein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017